Heyo Leute und herzlich willkommen zu Lucky Walls. Mit dabei ist der Öhli, die Katze und der Storm. Und wir haben Time Machine Lucky Walls. Ich stelle den Timer auf 10 Minuten. Nach 10 Minuten wird Leg 1 gemacht. Was ist Lucky Block? Muss ich mir denn holen? Die Time Machine, oder? Ja, die Time Machine Lucky Blocks. Und wir haben jetzt gleich 10 Minuten Zeit, die zu öffnen. Und nach den 10 Minuten mache ich Leg 1 und dann beginnt das Battle. Dann kann man die Walls hier öffnen. Und dann geht's los. Ne Leg 1 mache ich nicht, aber ich sage jetzt beginnt das Battle. So, 3, 2, 1, go! Let's go! Okay. Uh, ich bin tot. Die spawnen heftige Strukturen. Da ist er wieder, mein alter Freund. Beacon drunter leiten. Ah! Verdammt, verdammt. Nein, nein, nein. Guck mal zu mir rüber, ich habe ein fucking... ... Turm aus irgendwelchen Lucky Blöcken bekommen. Oh, nice. Weißt du, du hast einen Turm aus Lucky Blocks bekommen. Ah, aus den, äh... Oh mein Gott! Geil! Ja! Ich habe keine Ahnung, was das zu Lucky Blöcke sind. So, ähm... Slash, Time, Set, Null... Meine Musik ist gerade weg. Willst du mich verarschen? Was bringen wir Angel Rings? Ja! Ja! Gerade nur Explosionen? Weht ihr? Ich habe hier nur Hexen. Hexen ohne Ende. Oh, man. Fuck it! Oh, geil, 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 geil! Beacon ist nicht kaputt. Struktur gespawnt, okay. Wow! Alter! Ich habe gewonnen. Nein, 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 nein! Oh nein, Alter! Slash, lag, 2! Das brauche ich halt wirklich nicht, weil wir haben hier Time Machine Blocks. Warum sterben die Hexen nicht? Ich meine, ich habe jetzt... Hey! Wer hat Leg 2 gemacht? Ich? Ich hatte ganz viele Blazes. Puh! Warum? Puh! Hä, was wolltest du haben? Nichts, alles gut! Puh! Hä, warum ist das nicht? Krass, mega OP-Gegner töten. Ja, willst du einen OP-Gegner töten? Ja, ich wollte gerade... Was gab's? Scheiße! Ich brauche Leg 2, Menschen. Dann mach. Hey, oh, let's go. Welcome to the Bastyshow. Wow! Irgendwie... Help! I need somebody! Help! Nein! Von nochmal Leg 2. Warum kann man diese Jurassic Viecher nicht töten? Nein, einfach! Die Dinger gehen nicht mit Leg 2 weg! Nein! Was ist da drüben gerade passiert? Mich hat sie in die Luft gefetzt. Wie kann ich Hasen töten? Mit Leg 5. Müsste ich machen, Menschen. Ich mach Leg 5. Ah! Ah! Wir haben, glaub, immer noch nicht dran gedacht, die Plätze zu aktivieren. Mann! Oh, oh! Ah, ja! It's up! It's up! Okay, ich brauche auch Leg 2. Ah, jetzt habe ich was falsch gemacht. Wo? Wer war das denn? Wer war das? Was? Ey, war das? Na! Hast du mich gerade angeknurrt? Ja. Es war die ganze Zeit... Du bist wieder... Wer war das denn schon wieder? Das war ich! Mann! Ah, ihr habt gar keinen Kill drinne! Aber ja, das war ich. Hey, der Villager hier... Fisch ist... ...lohnt sich. Schon wieder gestorben. Was ist denn der Gigabob? Der ist Gigabob. Der ist Gigabob. Der ist Gigabob. So... Oh, stopp. Oh, ihr kleinsam! Was? Nein, meine ganzen Sachen sind getropft worden! Nein! Nein! Was? Ich muss Leg 2 machen. Was ist passiert? Ich hab hier Killerbunnys! Moment, ich muss... Ich muss Leg 1 machen! Was ist getropft? Was ist getropft? Alle meine Sachen sind weg! Wer hat... Ja, warum hast du Leg 1 gemacht, du Trottel? Ich hab unendlich Kinderbunnys gehabt! Die kannst du auch mit Leg 2, die Schönen! Hey, stopp! Warum ist sie jetzt grade... Mein komplett ist Info jetzt gecleared, Leute? Ja! Scheiße, das geht nicht! Hä? Weil irgendeiner... Irgendein Lucky Block, die Game Rule ausgestellt... Das Problem ist, ich hab jetzt keine Lucky Block mehr! ...die Freund an Leg 1 gemacht hat. Na, sicher! Ja! Ja? Nein, ich hab... Ich hab... Killerhasen gehabt! Jedes Mal, wenn die mich geschlagen haben, hab ich meine Sachen ver... Stopp! Die Game Rule! Stimmt, jetzt weiß ich, das macht Sinn! Mit... Heia! Irgendeiner hat die Game Rule ausgestellt! Irgendein Lucky Block! Das passiert zwischendurch mal! Und was mach ich jetzt? Aber dass da jetzt alles weg ist... Ich hoffe, dass ich damit jetzt an Abbauung kam... Gib hier halt nochmal 32 Stück! Ja, aber es ist alles weg! Hä? LOL! Mein komplettes Info ist weg! Äh... Meins auch! Ah, da ist es... Damit jetzt... Wollte ich nur dazu sagen, gell? Das komplette... Auch nicht! Ich hol jetzt... Schon wieder! Game Rule! Was war das jetzt? Hä? Ich hab die gerade auf True gestellt! Game Rule has been updated! Ja, wir sind auch noch mal... Mann, jetzt muss ich mir schon wieder... Also bei mir funktioniert die Game Rule! Kriegt Gottreiz! Null! Null! Ja, sie tut wieder! Kann ich Leg 2 machen? Ja! Oh! Flugzeit! Hab ich nicht mehr drin! Schade! Also Tiere werden mit Leg 5 getötet, ne? Äh... Was wusste ich nicht! Jetzt weißt du... Was? Hey, das ist gemein! Was? Geh weg! Jetzt fällt mir gerade auf! Ich hab mein Knochi verloren! Oh... Mein Knochi ist weg, Menschen! Oh... Die haben mir mein Knochi genommen in die Kommentare! Hashtag Katzis Knochi soll zurückkommen! Oh... Armes Katzi! Die haben mir einfach mein Knochi genommen und sie haben gesagt, wenn ich's euch mitteile, würden sie meine Eltern töten! Was? Was lauerst du nur? Ich bin mir sicher, dass es genau... Stopp! Die Sachen droppen schon wieder! Was? Bei mir halt auch! Ey, zum Glück... Irgendeiner macht das halt, irgendein Lucky Block! Ja, aber... Seit wann?! Das haben wir ja noch nie gehabt! Ne, wirklich nicht! Ja... Keine Ahnung! Weil wir das so viele davon haben! Ich versteh's auch nicht ganz! Ist wahrscheinlich eigentlich ein Rare Event, aber durch die ganzen Sachen, die wir hier haben... Ach, nein! Nein! Ja, zerstämme doch meinen Lucky Block! Oh, was ist das denn schönes? Also, ich will ja nichts sagen, aber... Dann lass es! Huuuuh! Mir gibt's Explosion! Frischis! Leute, was ist denn hier los? Ich brauche Leck 2! Was geht hier ab, Freunde?! Wir haben übrigens noch 3 Minuten Zeit, sich vorzubereiten! Ja, natürlich hat der genau in dem Moment mein Beacon erwischt, Alter! Ja... Kann ich mit leben! Ja, doch, dabei kann ich auch leben! Mit 3 Minuten Zeit? Oh yeah! Oh yeah! Ne, ich nicht leider! Weil ich halt hier so gut wie alles wirklich gut verloren habe mittlerweile! Alles, was ich zum Aufwärten hatte oder so, ist weg! Ist natürlich bitter, ne? Jetzt bräuchte ich's! Ja, natürlich! Ist jetzt... Ey, wenn jetzt das Inventar weg ist... Oh, ey! Spam ist nochmal... Deswegen, die Glock ist auch dafür da, um durchgehend... Slash... Game Rule Inventory... Hat sie denn inzwischen irgendjemand... ...aktiviert? Ne... Oh, ich brauche noch mehr! Schade! Es reicht nicht ganz! Es kann doch nicht sein, dass man diese kleine Silberfisch so zerfickt... Nein! Was war das denn? Ne... Ne Waschmaschine! Was denkst du denn, was es war? Ach Leute! Was ist denn los hier? Hier spawnen nur noch Wither bei mir auf der Stelle! Ne Waschmaschine! Nein! Leck 5 war das, ne? Killer Bunnies! Ja! Noch eine Minute 40! Oh, verdammt! Ich muss schneller machen! Ich muss schneller machen! Oh, endlich! Das werden wir hier haben! Das verhalten wir! Oh, warte mal! Warte mal! Das Time Sword, muss das auch in den Minusbereich gehen, damit das gut ist? Äh... Ja, ich glaub schon! Wäre logisch! Ach! Oh! Ich bin mal gespannt, was das wird! Wie jeder Strukturen hat! Das hättst du dich wegwerfen dürfen! Das hättste nicht wegwerfen dürfen! Komm schon! Noch eine Minute! Auch jetzt kommt TNT, natürlich! Ja, bei mir auch! eine minute da ist es was macht es sich wieder times dingsbums sachen ja muss man gerade noch mal lag zwei machen okay noch 30 sekunden das war das kommt beim lucky block öffnen okay stop es geht los es geht los ja man darf ja man darf jetzt halt angreifen wir können trotzdem bei euch in der base bleiben aber ab jetzt ist es erlaubt ja klasse dadurch gesetzt mein zeug ist jetzt kaputt gegangen dadurch so ein scheiß ja warum ist es kaputt gegangen dadurch ja weil ich mit als der blog kam war ich nämlich genau beim kraften ist alles weggegangen ja aber jetzt ab ab jetzt ihr könnt weiter öffnen sonst was aber aber das ist nicht normal alter brauche ich nicht ich bin trotzdem op was sag doch ich bin op storm hat den illuminati bogen aber dafür hat early boy seinen biegen nicht mehr aber die dann biegen ist weg nicht nur illuminati bogen so hello du triffst mich wer ist das early boy nee katze ist es was ist witzig ja ja was was soll ich denn sein also early boys biegen ist weg ja genau wie deiner basti herzlichen glückwunsch was hatte dein biegen ist auch weg und bei deinem maul und geh dich verbuddeln wöchern mensch so und dein biegen ist auch weg meiner ist auch weg ja ja es ist von jedem biegen weg aber es ist noch keiner tot also es zählen nur spieler kills na wenn man jetzt noch mal durch den lucky block stirbt dann ist das ist erlaubt wow 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 du penner early boy nein 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 stopp nein flucht ja also das illuminati zeug ist geil ich mag das warum habe ich aus ich habe ausnahmsweise mal voll glück ich krieg das sonst nie nie wer ist da da ist wer hier ist niemand das bildest du dir nur ein ich seh dich doch ja und fall runter ja aber ey musst du noch üben ne ha 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 yo katze yo katze hä was macht storm wer ist das hier eigentlich was macht der ja ach der ist getimed out es ich hoffs der ist getimed out es mei sei meine potions nicht mehr ich hab ihn einfach umgebracht hat er nicht gerade noch was geredet von wegen ich hab in letzter zeit endlich mal glück ich krieg alle die sind ja gut aber nix da kann er ja nix dafür ne aber was willst du machen wir können jetzt nicht extra warten deswegen ja ich hatte ich habe ihn besiegt er hatte illuminati rüstung ich habe ihn besiegt so jetzt bin ich mal gespannt entweder items oder early ich habe halt das große problem wasche dass ich keine ahnung habe wie ich das ganze jetzt hier überleben soll weil ich unglaublich hunger habe also jetzt nicht relapse sondern ding das ist so schwer die kacke ich kann das ist doch nicht dein ernst jetzt das zählt halt beides nicht ja im prinzip hatte ich early boy dadurch getötet ja aber er hat sich auch selbst im gleichen moment getötet ja da kannst du nicht werden ja ok dann werden wir es das war was hier ok ok oh mein gott ausgeteilt teleport hin exp läuft bei ihm tötet euch mal ja bin ich wüsste wo ist man wenn ich wüsste wo ist ja komm doch rein auf den mäderkatze er hat doch keine ahnung wo du bist du versteckst dich doch wie die letzte sisi alter veröffentlich nicht hier ja schild aufstellen ahhh ok ahhh stopp das ding explodiert dein ich mir erinnere mich daran hä Nein, das Ding explodiert nicht. Eben ist es explodiert. Nein, das explodiert. Katze, mach doch jetzt was. Mach ich doch. Ja, Katze, mach doch mal was. Oh, Early Boy. Ihr könnt euch locker killen. Ja, jetzt auch vor, wenn ich noch ihn... Ja, lol, in dem Moment. Oh, ich dachte gerade, das wärst du gewesen. Okay, okay, finde ich legit. Ah, Scorm, du wurdest gekillt. Ja, wurde ich tatsächlich gekillt? Ja. Ja, läuft bei mir. Nee, bei mir bin ich da noch in einem Dings drin. Aber ja, ich hab verloren, weil das Internet ist schuld. Ich sollte einfach nicht gewinnen. Es stand im Chat, the storm was slain by items. The storm left the game. Katze, komm, rein jetzt auf den Meter hier. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Aber ihr öffnet einfach Blöcke. Ihr habt schon OP-Equip. Ihr müsst mich ja so töten. Ich hab kein OP-Equip. Hast du meine Rüstung gesehen? Ja, ich konnte ja nichts machen. Gut, ich hab... Ja, aber Early-Boy! Oh, wer ist denn noch da? Early-Boy & Items. Nice. Ich wurde ja wegen dir getötet. Katze! Ja? Wo bist du denn? Ja, und dann konnte ich noch nicht... Nein, du schade. Du suchst mich gerade? Ja. Schade. Hallo. Tschüss. Tschüss. Katze, komm, ey, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich kann nicht hoch springen. Das ist wegen der Gladiator-Rüstung. Ich werde ja mal auch nicht aufziehen. Das ist eine Aussetzung. Ja, kriegst du ein Geschenk von mir. Das ist jetzt absteuner. Kannst du dir ein, wenn ich lache? Ja, wirklich. Ja. Ich sollte einfach nicht gewinnen. Mein Internet wollte das nicht. Katze, wo bist du? Das ist der Fluch der Illuminaten. Los, Katze! Oh, One-Hit! 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 One-Duck! Ich konnte halt keinerlei Rüstung, Mann. Sag das doch einer. Sag das doch einer. Ich dachte, Katze ist voll OP. Ich habe voll Angst vor ihm gehabt. Wenn euch gefallen hat, Leute. Daumen hoch. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Haut rein. Tschüss. Miau. Miau. oline'er. Miau. 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 Fot frakt. Miau.